Danke schön. Bitte schön. Bitte gerne. Bitte gerne. Ja, also wir freuen uns sehr, heute der Wildunger Tafel eine Spende übergeben zu können. Wir spenden ja jedes Jahr den Erlös des Wunschbaumarktes an einen sozialen Zweck. Und da der Wunschbaumarkt letztes Jahr aufgrund Corona nicht stattfinden konnte, haben wir uns trotz dessen entschlossen, einen Betrag als Spende für einen sozialen Zweck freizugeben. Und das ist in dem Fall eine Spende von um die 5000 Euro an die Wildunger Tafel. Wir sind sehr dankbar über die Spenden, denn ohne Spenden kann die Tafel nicht leben. Wir sind darauf angewiesen, auf die Spenden. Und deshalb ist diese Spende uns wirklich willkommen. Wir freuen uns riesig über sowas. Vielen Dank.